Herzlich Willkommen, wir sehen dich auch sehr klar. Also wir sind gerade durch, wir erzählen dir so ein bisschen die Ergebnisse, damit du weißt, wie was gelaufen ist und vielleicht hat der andere noch eine kurze Frage an dich. Also ich drehe jetzt mal einfach um hier, ich weiß nicht, ob du das lesen und erkennen kannst. Jetzt kommen wir hier nicht mehr sehen. Also ich sag mal so, das Model S, was die abends mit 184 Kilometern gemessen hat, haben wir mit einer breiten Basis von 506 Model S durchschnittlich 363,5 Kilometer gefahren. Hast du? Ja. Wie zu erwarten, ne? Passt das Doppelding, genau. Genau. Dann ist es so, Zoe ist ja außer Konkurrenz gelaufen, hat 120 Kilometer geschafft. Der Leaf 71 laut Ams, 118 tatsächlich, der E-Golf 88 laut Ams, 113 tatsächlich, der I3 78 laut Ams, 128 tatsächlich und der Smart OG 50 laut Ams und 94 tatsächlich. Also das ist, sag ich mal, ein Sieg auf der ganzen Linie. Ja, vielleicht interessiert noch den einen oder anderen hier, wie du das empfunden hast hier. Du hast ja auch die Wette angeboten dem Alexander Bloch, wie das so war und was er so gesagt hat. Ich meine, er hat sich ja noch sehr, sehr versöhnlich nochmal gemeldet bei allem. Gehört haben wir nichts von denen. Glaubst du werden, dass eine Resonanz von der Automotor und Sport kommt, wenn wir das jetzt veröffentlichen? Naja, also wichtig ist vor allem, dass man es einfach mal gemacht hat, weil das Problem bei der Elektromobilität derzeit ist ja, dass 99,5 Prozent aller Leser der Zeitschrift noch nie ein Elektroauto gefahren haben. Und dann liest man das eben und denkt, da stimmt, was da drin steht und dann hat man halt ein völlig falsches Bild davon. Und wenn man dann sagt, naja gut, da ist ein Auto, das wird groß angeworben und das leistet gar nicht das, wofür es eigentlich angepriesen wird, das ist glaube ich das, was uns alle ja am meisten geärgert hat. Denn wenn es jetzt irgendwie nur eine normale Technik wäre, wo man sagt, naja gut, das kennt jeder und hat jeder im Alltag. Gerade bei der Elektromobilität sind wir ja nun an so einem Punkt, an dem wir ganz genau darauf achten müssen, dass die richtigen Daten darüber kommen, damit sich Menschen, die noch nicht damit in Berührung gekommen sind, ein richtiges Bild machen können. Und darum denke ich, dass diese Aktion heute unglaublich wichtig ist, eben auch in der Realität, in einem echten Herzetest, nämlich dem, was das Leben schreibt, tatsächlich zu beweisen, es geht. Und die Öffentlichkeit, die damit erzeugt wurde, ist natürlich gut, denn wir alle, die ein Tesla Model S fahren und das zum Teil ja schon viele 10.000 Kilometer, die wissen, dass es überhaupt kein Problem ist. Aber ich hoffe, dass jetzt auch das richtig gestellt wird, denn was uns wahrscheinlich am meisten geärgert hat bei dem Artikel, war ja, dass dort eine Grafik gezeigt wurde, dass man mit dem Wagen noch nicht mal von Stuttgart nach München fahren kann und dann irgendwo kurz hinter Augsburg liegen bleibt. Und ich glaube, das galt es zu widerlegen und da scheint ja sehr eindrucksvoll passiert zu sein heute. Und zwar haben wir noch eine weitere Erkenntnis. Es haben ja vier Model S Fahrer versucht, auch die Tesla-Werksangabe zu knacken. Zwei sind noch unterwegs, zwei sind schon wieder da. Also der Eberhard, hier der Präsident vom Tesla-Fahrer-und-Freunde-Forum e.V., der hat tatsächlich 519,514,9 Kilometer gefahren und ist hier mit Restreichweite Null angekommen. Also genial. Der ist mal eben kurz an die Nordsee gefahren. Fast bis an die Nordsee. Die zwei, die noch unterwegs sind, haben sich nämlich den Jux erlaubt, von der Autobahn abzubiegen, weil sie ein Foto am Deich am Meer machen wollten. Auf die warten wir aber jetzt noch. Das Foto habe ich auf dem Forum schon gesehen. Das konnte man ja ganz gut nachvollziehen. Ja, und ich denke mal, ich meine, wichtig ist bei den Ergebnissen jetzt die Wandbreite mal zu sehen. Denn ja, man kann ein Elektrofahrzeug über die Werksangaben hinausfahren, müsste man die Durchschnittsgeschwindigkeiten mal anschauen. Und was mir eben ganz wichtig war, gerade bei dieser Angabe 120 und ich fahre meinen Wagen eben auch auf der Langstrecke. Ich fahre damit öfter mal von Zürich nach Hamburg rauf und mache an einem Tag eben weit über 1000 Kilometer. Und man kann das eben auch machen. Und das finde ich so interessant. Nicht nur, indem man sich in den Windschatten eines LKWs hängt, sondern dass man eben auch ganz normal im Verkehr zu Richtgeschwindigkeiten mitschwimmt. Interessant ist tatsächlich jetzt die Auswertung der unterschiedlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten, die die einzelnen Fahrer gemacht haben. Und ich glaube, wir kommen nicht umhin, auch nochmal das Thema Ladeverluste genauer anzuschauen. Wobei, also nach meinen Messungen sind die Ladeverluste so zwischen 9 und 11 Prozent bei einer Drei-Phasen-Ladung. Aber das würde mich eben auch noch interessieren, weil das war ja einer der großen Punkte, die von Automotor und Sport angegeben wurden, warum die Verbräuche so hoch angegeben wurden. Da können wir ein bisschen was zu sagen. Nicht so viel wir uns erhofft haben, weil so intensiv sind unsere Ladesäulen noch nicht genutzt worden. Eine Phase ist ausgefallen, da mussten wir unterbrechen jetzt beim Nachladen. Von einigen wenigen haben wir es genau, aber eben nicht von allen. Aber da, wo wir es haben, da werden wir auch was dazu sagen. Ja, also super Aktion und ich denke mal, Tesla als Firma kann stolz darauf sein, so viele nicht nur Käufer oder Kunden zu haben, sondern tatsächlich eben auch Menschen, die sich dafür einsetzen, wofür das gesamte oder die gesamte Idee dieses Fahrzeugs steht. Und ich kann mich nur wiederholen, ich glaube, dass wir in Deutschland sehr doll aufpassen müssen, dass wir die Technologie der Zukunft nicht kleinreden, nicht schlechtreden oder in der Öffentlichkeit falsch darstellen, denn wir tun uns eigentlich kein Gefallen damit, uns eine alte Technik schönzureden und die neue Technik schlechtzureden. Und darum glaube ich, dass diese Aktion sehr wichtig dafür war, tatsächlich einige Dinge richtig zu stellen. Und wie ich höre, ihr habt ja auch das ein oder andere Medium noch mit dabei, die vielleicht auch mal in einer kritischen Berichterstattung überprüfen, ob all das so ganz richtig war. Und ich bin sehr froh darüber, dass ihr das gemacht habt. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Fahrer und die Organisatoren. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank dir für die tolle Idee, da spontan diese Wette aufzumachen, die auch zuerst angenommen wurde und dann doch wieder gekniffen wurde. Das war nicht zuletzt... Lär mal gucken. Vielleicht kommt es ja noch, ne? Lär mal gucken, Mann. Es war aber nicht zuletzt auch ein wichtiger Auslöser dafür, dass wir uns jetzt tatsächlich hier die Ärmel hochgekrempelt haben und gesagt haben, okay, wenn noch nicht mal das geht, dann machen wir es jetzt eben so. Ja, dir auch vielen, vielen Dank, Lars. Super, klasse und dann wünsche ich allen Fahrern und allen Teilnehmern eine gute Heimfahrt und noch eine schöne Party jetzt. Feiert euren Erfolg mit dieser Reichweitenfahrt und ich freue mich auch über die Dokumentation und da sind Ergebnisse. Machen wir. Vielen Dank. Okay, bis dann. Super. Danke. 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 Danke.